Unser abschließendes Fazit Die Pentax K50 überzeugt wie das Vorgängermodell K30 mit einer überdurchschnittlich guten Ausstattung. Die Abdichtung gegen Staub und Spritzwasser ist und wird vermutlich einzigartig in dieser Preisklasse bleiben. Nur auf die Wetterfestigkeit sollte man die Spiegelreflexkamera aber keineswegs reduzieren, dafür ist das restliche Ausstattungspaket zu gut. Die Serienbildaufnahme bewegt sich mit rund 6 Bildern pro Sekunde auf einem hohen Niveau, der Pufferspeicher fällt mit 47 Bildern in Folge nicht zu klein aus. Dass bei RAW Bildern die Serienbildrate bereits nach 8 Bildern in Folge einbricht, ist in dieser Kameraklasse kein Kritikpunkt. Der Autofokus mit seinen neuen Kreuz- sowie zwei Linien-Sensoren stellt mit 0,21 Sekunden richtig flottscharf, die Einschaltzeit liegt bei relativ kurzen 1,34 Sekunden. Ebenfalls überdurchschnittlich gut ist die kürzeste Belichtungszeit von einer sechstausendste Sekunde. Nicht nur hell fällt der optische Pentaprismensucher aus, er deckt sogar 100% des Bildfeldes bei 0,92-facher Vergrößerung ab. Das Display wurde starr verbaut, löst aber hoch auf und besitzt einen großen Einblickwinkel. Der APS-CCMUS-Sensor der Pentax K50 liefert bis ISO 1600 fast rauschfreie Bildergebnisse, auch Aufnahmen mit ISO 3200 lassen sich problemlos verwenden. Wenn man an der Pentax K50 etwas kritisieren muss, dann ist dies das doch dürftige Kit-Objektiv, das nur abgeblendet akzeptable Bildergebnisse liefert. Dieser Makel kann mit einem anderen Objektiv aber natürlich beseitigt werden. Ebenfalls Verbesserungsbedarf gibt es bei den Schnittstellen und dem Videomodus. Ein HDMI-Port darf bei einer aktuellen Digitalkamera einfach nicht mehr fehlen, das gleiche gilt für den kontinuierlichen Autofokus im Videomodus. Hier kann nur per Tastendruck automatisch scharf gestellt werden. Wünschenswert wären zudem ein Mikrofoneingang oder wenigstens ein integriertes Stereomikrofon. Die Pentax K50 ist die günstigste Spiegelreflexkamera mit einer Abdichtung gegen Staub und Spritzwasser. Wer auch bei schlechteren Wetterbedingungen preiswert fotografieren möchte, kommt an der K50 deshalb nicht vorbei. Die dkamera.de Testurteile zur Kamera. Tastendruck Untertitelung des ZDF, 2020